Hi Leute, willkommen zurück zu Memos Empire. Ich hoffe es geht euch gut. Wir machen weiter mit den Aufgabenvideos zu JP Schimpanski. JP Schimpanski. Wir sind jetzt in Phase 3. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier 2 schon erledigt und uns bleiben noch 3 über. Phase 3 von 5 sagt, dass wir Metall bei einer Alienabsturzstelle abbauen sollen. Wie wir das machen. So Leute, jetzt sind wir im Bus und bei der Aufgabe zeigt es uns eben an, wo wir genau dahin fliegen müssen. Das sind eigentlich meistens die, oder hauptsächlich die neuen Stellen, die jetzt entstanden sind durch diese Vernichtung von der riesigen Untertasse. Wir pingen irgendeins an, wir pingen das hier an, dann fliegen wir dort runter und bauen dort unser Metall ab. So Leute, unten angekommen, bewegen wir uns jetzt Richtung dem Bereich, wo es die ganzen Metalllaufen gibt. Dann schlagen wir einfach da drauf, auf jedes Objekt, was uns Metall bescheren kann. Ihr seht, das oben links wird schon angezeigt, wie viel wir schon haben. Das bauen wir noch hier ab. Dann bauen wir noch den Schott hier ab. Das auch, das geht herz-fatz, sehr schnell. Das looten wir noch mit, aus Prinzip. Dann bauen wir noch das Gestell ab. 85 haben wir 86. Und zack, da haben wir die Aufgabe gelöst. Das war es eigentlich recht easy. Ihr müsst nur auf die Absturzstelle drauflegen, Metalllaufen finden, abbauen. Ihr habt es die Aufgabe geschafft. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.